Ich bin der Harald Schwarz, Head Coach von den Eisläufern in VÖ, habe 17 Sportler mit und 5 Trainer. Ja, ist eine tolle Sache. Wie habt ihr euch auf die Special Olympics vorbereitet, irgendein spezielles Training? Ja, Training im Sommer, Rollerskatten und Kraftkammer und im Winter dann 3-4 Mal in der Woche am Eis. Was findet ihr jetzt das Besondere an den Special Olympics, an so einer Veranstaltung? Die Zusammengehörigkeit unter den Nationen, die Freude der Sportler und den Sport selber. Und noch irgendeine Sache, auf die ihr euch besonders freut in den nächsten Tagen? Auf die weiteren Rennen, auf die Leute kennenlernen, auf die Siegerehrungen. Es ist alles irrsinnig schön. Und in der Sicht, dass sie die Leute gefreien, dass sie die Sportler gefreien und das ist das Schönste von mir auch.